Man kann die Medienverhältnisse und den Osten heute nicht verstehen, ohne sich wirklich kritisch mit der Wendezeit auseinanderzusetzen. Das heißt, mit den Reforminitiativen, die es 89, 90 gab und aber auch damit, was letztlich daraus geworden ist. Das heißt, mein Argument ist, dass die Lügenpressedebatten, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen müssen, vor allem in der Wendeerfahrung 89, 90 gründen und wir deshalb diese kritisch aufarbeiten müssen und es nicht rechtspopulistischen Gruppen überlassen dürfen, diese Themen für sich zu besetzen. Das heißt, eine ehrliche, kritische Aufarbeitung sollte das Ziel sein und das ist das, was ich quasi mit meiner Forschung mache und ich möchte meine Forschungsergebnisse heute in Form von drei Thesen teilen, die ich dann gern zur Diskussion stelle. Und zwar ist die erste These, dass 1989, 90 nicht wirklich eine Pressewende stattgefunden hat, sondern dass es ganz klare strukturelle und personelle Kontinuitäten gab, die es bis heute gibt. Also bis heute sind ehemalige SED-Bezirkszeitungen die dominanten Zeitungen, teilweise in einer Zeitungsregion im Osten Deutschlands. Und das ist weiterhin ein großes Problem. Und wenn man sich anguckt, wo da der Haken liegt, war das halt 89, 90. Und zwar, warum sind die bis heute quasi dominant im Osten? Weil es 89, 90 keine souveräne DDR-Medienpolitik gab. DDR-Medienpolitik konnte eigentlich nur auf bereits geschaffene Fakten durch BRD-Wirtschaftsgruppen reagieren. Was genau heißt das? Also wenn man sich wirklich die Pressetransformation 89, 90 anguckt, sieht man, dass die schon im November 89 von klaren Wirtschaftsgruppen, klaren Wirtschaftsinteressen aus dem Westen beeinflusst wurde. Also zum Beispiel bereits im November 89 gab es ganz massive Lobbymaßnahmen. Westdeutscher Großverlage, Gruner und Jahr und Springer, waren vorstellig bei der Modro-Regierung und wollten beispielsweise das Vertriebssystem im Osten reformieren und wollten dabei exklusive Rechte im ganzen Pressebereich in der DDR durchsetzen. Ab Anfang 1990 gab es dann auch auf verschiedenen Ebenen eine Markterschließung im Pressebereich. Das heißt, westdeutsche Presseimporte, die dann schnell ab März 89 mit Dumping Preisstrategien einhergingen, die dann auf der anderen Seite die ostdeutschen Zeitungen, vor allem auch die Zeitungsneugründung, früh unter wirtschaftlichen Druck setzen. Im März 1990 gab es dann zum Beispiel auch durch Springer und Gruner und Jahr und anderen westdeutschen Großverlagen einen exklusiven Pressevertrieb für westdeutsche Presseprodukte. Das heißt, damit war im Prinzip der Markt in der DDR offen. Und ab Mai kann man sagen, war der Pressemarkt schon vereint, bevor letztlich beide Staaten wirklich vereint waren. Drittens muss man hier sagen, da wird gerne auf die Treuhand zum Beispiel gesehen und gesagt, dass es die Schuld der Treuhand ist, zum Beispiel bei der Privatisierung der SED-Presse, dass hier Pressemonopolstrukturen dann später übernommen wurden. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass hier zum Beispiel die Verantwortung nicht bei der Treuhand lag, sondern bei der Bundesregierung. Also beispielsweise hat das Bundesinnenministerium bereits im Februar 1990 der DDR-Markterschließung durch BRD-Verlagsgruppen grünes Licht gegeben und ganz eng mit diesen zusammengearbeitet. Das Ziel des Bundesinnenministeriums war quasi, früh westdeutsche Presse in den Osten zu bekommen, um die Wahlen am 18. März 1990 auch durch den Informationsfluss zu beeinflussen. Das heißt aber auch, dass der politische Auftrag beispielsweise der Treuhand, nämlich die Privatisierung der zum Beispiel der SED-Bezirkszeitung durch das Bundesinnenministerium nicht erweitert wurde. Also der Auftrag der Treuhand war, Zeitungen zu privatisieren und Arbeitsplätze zu erhalten. Der Auftrag war nicht, für strukturelle Pressevielfalt im Osten zu sorgen. Indem die Bundesregierung und das Bundesinnenministerium diesen Auftrag nicht erweitert haben, haben sie quasi eine Entwicklung befördert, die letztlich in einer hohen Pressekonzentration endete. Das heißt, bereits im Jahr 1990 gab es 120 Zeitungsneugründungen im Osten. Bis zum Jahr 1992 waren noch 30 von diesen übrig, unter anderem aufgrund einer starken Marktzentrierung durch ehemalige SED-Bezirkszeitungen, die dann an wirtschaftsstarke Verlage aus dem Westen quasi übergeben wurden. Und wie gesagt, mein Argument ist, dass wir uns selbstkritisch mit diesem Teil, mit diesem wichtigen Teil deutsch-deutscher Mediengeschichte auseinandersetzen müssen, um wirklich nachvollziehen zu können, was derzeit im Osten Deutschlands passiert. Danke. Danke.